KILLINGS WILL NOT TAKE NO FURNITS Hallo und herzlich willkommen Leute zu einer neuen Runde Let's Play Battlefield 4 Ja genau, Battlefield 4 seit ewig und drei Tagen mal wieder Und natürlich auch im PC Ja Und unser Transport-Shopper wird mal viel zu früh gezogen Super Oh weil, oh weil, oh weil Ich krieg's auch Fressbrett und ich weiß sogar von wo Da, Alter Bäm, Alter, was war das denn bitte für ein Move Wo, 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 wo Okay Der erwartet uns jemand Alter Warum sind heute nur Noobs unterwegs? Okay Ich muss auch schon sagen Der Granatenwurf war aber eben auch nicht grad Premium Okay, brennt Oh nice Wow Von wo Alter, von wo? Und Ah, ich hab ihn gesehen Loll Ähm, bei Gehr-Deckelingein mach ich grad mal mein Handy auf stumm Ihr habt ja sicher grad gehört Und es ist auf stumm Eigentlich sollte oben rechts grad ne Webcam angebildet sein Aber ich hab Keinen Plan wieso, weshalb, warum das jetzt mal wieder nicht funktioniert Alter Vorm Treppen war das scheiß Ding nicht Okay, sehen wir hier irgendwo Fuß, Soldaten Oder so Wenn wir schon Au Ja Loll In einem Moment auf dem anderen Direkt tot Ja läuft bei uns Ja Läuft bei uns Aber jetzt läufst richtig bei uns Ich und Lady Bird Ich sollte meinen Mund mal wieder nicht viel zu voll nehmen So glück wie ich hab, liege ich schnell Bin ich wieder schnell auf dem Boden der Tatsachen als Mir lieb ist Aber okay Da ist ja schon der Gegner, Little Bird Ich klemm mal kurz das Head Mikrofon von meinem Triton herzelt ab, weil das dezent Dauert ging Condens Schlägt Oh Ja Alter Alter So, jetzt Jetzt aber Alter Okay, der versteht sein Beruf Oh, oh, den nehmen, dann nehmen wir ihn wieder doch Alta Bickel hat von allen Seiten oft auf die Presse alter das ist bestimmt wo das war geil und ist auch ab weil ein Tier ihr habt ja die ganze Zeit gemerkt ja ich kann es halt Kempel ich höre sie ach nee aber wie meint unbedingt auf uns schießen zu müssen doch Alta ich wollte gerade ausstellen also die Scheiße die holen wir uns jetzt ich habe mich jetzt schon zweimal gekillt hab ich schon zu viel beim Versorger wie viel fällt mir doch dann halt als damit war auch auf dem Schlachtfeld bestehen können nein nehmen wir die hier mit äh passt 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 ok nein so 3 bep 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 ich weiß dass das arschig ist und ich werde dafür auch keine Lobeslieder bekommen aber was im Spiel ist darf auch benutzt werden und sollte auch benutzt werden aber schon über fahrend am rüber und einmal W-Taste feststellen weil mein rechter Arm hier und jetzt wird der linker Arm nein super oh hoffentlich kommen wir überhaupt Teile an so wie ich erstens fahr und zweitens wie wir schon geschossen werden boah ich werde nur jemand aufs C4 stehen und schon mal kaputt was er so grad spontan vorne dran klebt ich weiß auch nicht warum warum wohl ok jetzt kurz wait for it wir können da ach da ok what what w- Turn w- Also das nehme ich erst persönlich. Oder so. Ich glaube, damit haben wir bessere schon gegen die AA. Will er mit? Nein, will er nicht. Okay. Schnappen wir uns mal eben die AA. Das ging nämlich so langsam auf dem Piss. Nee, nee. Moment. Ja, lol. Ey, ich höre. Wer ist neil, hat hier bitte auf dem Panzer? Stimmt, irgendein Noob, der nicht weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich habe das doch auch eben gehört. Oder leider ist neulich unter Verfolgungswahn. Das wäre nämlich ein Neuf. Das war von Grund auf. Der geht auf Pornisten Tank. Aber der soll uns jetzt nicht interessieren. Aber wenn es halt auf dem Weg liegt, alter. 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 Schwede. Und wir haben ganze vier mehr ficken. Wir mal wieder ein Glück. Alter. Blöder hätten wir jetzt aber auch nicht schießen können. Aber wirklich. Das war ja mehr als schlimm. Komm, packen wir wie auf den Pionier. Haben wir wenigstens gegen die AA. Okay. noch nicht mehr Geld wird. Das ist das für ein Scheiß. Ach. Ich dachte, ich hätte die nicht Geld hat. Wommer habe ich Hilfe bekommen, obwohl ich noch niemals einen Hitmarker bekommen habe. Weil ich sage, jeweils nur noch, wenn ich um das andere zu bekommen. Jetzt so. Bäm, 22 Schaden. Kurzumdurch. Da hinlaufen, damit sehr schön die Orientierung verliert. Alter. Da hat man jetzt aber Schwein. Bäm, 24 Schaden. Jo, das war mal, ey. Nice. Wie geil. Äh, was nehmen wir jetzt? A oder B? Äh, ich wollte mal B sagen, ich bin näher dran. Ich fordere mal ein Befehl auf B an. Trotz gesetzt kommt fast. Wenn man es... Wenn die Leute Bell log gelesen haben, hoffe ich, weil das alles kommt. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. Ab Freitag bis Valentinstag starten die Brüder. Bro-Wochenende oder wie die heißen. Alter, von wo? Von wo? Au, 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 au. Ach, wie fehlt dir? Bäm, war mal einer. So. Alter, jetzt gehen die Hocke. Geht auch. War zwar nicht die Hocke? Au, aua. Alter. Das war ja knapp. Es konnte ja die... Mh... Alter. Da oben, ich hab ihn gesehen. Oh wei. Heute stürzt er hin. Oder auch nicht. Äh... Wer oder was hat mich da jetzt grad hart angeschossen? Ich hab jetzt ne Idee. Sniper kann man zwar nicht auf deren Distanzen erleben, da wir sind... Der ist unsere AK-Zutake. Aber wenn wir... Wenn wir näher reinfahren... Sind die im Nachteil. Nachteil. Alter, jetzt... Back. So. 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 Das war mal zwei, zwei Paar. Alter, ist immer grad runter gesprungen. Den holen wir uns natürlich auch. Bam. Ist hier noch irgendwo einer? Scheiße. Ihr wusstet... Ah, jetzt ist auch noch mal Mike explodiert. Äh. Ja? Ne, da ist er ja. Huff. Nein. Nein. Alter, haben wir heute ein Glück. Nachschub wurde gerade geliefert. Uhhh. Warte mal. Man, ich kann's ja versuchen. Fällt mir grad so ein. Wir haben ja gar nicht die AK-5C, sondern die SG-5-5-3. Geil. Ich wollte grad anfangen mit... Flink... Nes... Auto. Okay. Wollt grad anfangen mit Bunny Hopping, aber... Sei's drum. Jetzt probieren wir nämlich uns selber mal als... Nipaus. Äh... Warte mal. Wir sind grad ein Scheiß geworden. Was das schon angeht. Ist auch nicht grad viel besser. Scheiß drum. Holen wir uns Delta. Okay. Wow. Wow. Pantar. 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 Zwei Pantar. Oder? Wenn ihr könnt euch ihm noch einen mitgeben... Pantar. Das ist wichtiger. Äh... Also, ähm... Alter, packt ihr eine Ikla weg. Okay, warum haben die jetzt so lange gebraucht, das Scheißding hier einzunehmen? Pantar. Ja, klar. Ne, oder? Gerade ich werde getroffen. Kann ja nicht sein. Mann. Geh mal in den Heli rein. Also, wenn er nicht zum Bild, der mal fährt. was? Die... So. Äh... Pilot, what are doing you? Oh, man. Überall nur Noobs. Ich weiß, wie gerade irgendwie Sonderangebot oder warum? Oder mal wieder hier in den Fall. Sag mal so. Ja, hier steigen wir aus. Wow. The fuck. Ich hab da auf den Fallschirm gezogen, ihr habt's ja gehört. Und... Ja. Äh... Da. Da. Wenn mein Buggy und da hin, wo wir gestorben sind. Weil da waren einige Feinde. Und vor allem die Aris ist da immer noch drauf. Dann muss da ja noch irgendwas sein und das kann schon drauf noch und den nehmen wir mit. Au, 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 au. Größer. Das war doch Merkle, oder? Das war der Merkle. Das ist Merkle. Aber auch ohne Waffe. Kleiste. Da ist einer. Das eine. Die Null-Moroles. Die Mesternstirken. Und auch schon. Wow. Wow. Keine Hilfe. Hätte das nicht 20 Sekunden oder sowas in die Richtung früher sein können? Dann hätten wir noch gelebt. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, ich bleib mal hier in der Deckung. Wie siehts unsere KD aus? 19. Bleibt, haben wir über den Bus an? Ja, haben wir 25er. LOL Obwohl ich hab auch nur einfach... Ja, wenigstens hab ich ihn noch geholt. Wär jetzt arg peinlich gewesen, wenn nicht. Aber trotzdem müssen wir daumen. Und unser Team ist grad nicht das allerbeste. Ich will der allerbeste sein, die keiner vor mir war. Die falsche Spielordnung. Ich glaub der ist nicht mehr zu retten der Panzer. So dezent. Ja. Alter. Wir haben ja schon wieder verloren. Scheiße. Okay, das war aber wirklich ne fixe Runde. 15 Minuten nur. Holla die Weidweh. Holla die Weidweh. Ja, dann würde ich einfach mal so spontan behaupten. Sehen wir uns Freitag wieder. Weil ne zweite Runde hinten dran hängen, das ist auch nicht das wahre Grad. Okay Leute, also. Entweder gibt Freitag wieder ein, äh... Bayer Shock. Oder ein... Battlefield, ich weiß noch nicht. Also Leute, haut rein. Mein Name ist Bahnfahren und ich bin jetzt raus. Tschödelü.